Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Gerade eben war die WWDC von Apple, also die World Wide Developer Contourance Keynote und es gibt viel Neues. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Los geht's nach dem Intro. Starten wir hier chronologisch und los ging es mit iOS 16. Hier hat sich viel getan, nämlich der Lockscreen wurde komplett überarbeitet. Diesen kann man nämlich jetzt personalisieren, nicht einfach nur das Hintergrundbild ändern, sondern man kann die Schriftart ändern, die Farbe ändern, man kann Widgets hinzufügen, wie das Wetterwidget, Sportwidgets und so weiter. Das sieht einfach richtig cool aus. Und des Weiteren werden jetzt auch die Benachtigungen im unteren Bereich des Lockscreens angezeigt. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Sportveranstaltung hat, ihr kennt es, ich kriege dann immer laufend die ganzen Notifications, dann hat man jetzt diese Sportveranstaltung hier angepinnt. Und das Ganze geht zum Beispiel auch, wenn ihr einen Uber ruft, dann wird einem der aktuelle Status auch ebenfalls angezeigt. Wie das in Deutschland funktioniert, kann ich aktuell noch nicht genau sagen, ob und wie und wann. Wie gesagt, das muss man einfach rausfinden. Aber auch die Musikanzeige, die ist hier so ein bisschen geupgradet, das neue Lockscreen sein, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dann wurde hier auch noch etwas bezüglich des Fokus geändert. Also Fokus kam ja mit iOS 15. Hier haben wir jetzt auch verschiedene Lockscreens für verschiedene Fokusse, beziehungsweise man kann die miteinander koppeln. Zum Beispiel, wenn ihr auf der Arbeit seid, habt ihr einen extra Lockscreen für die Arbeit mit Widgets, die halt von Arbeitsapps sozusagen dann geprägt sind und habt dann auch den Fokus Arbeit hier direkt hinzugefügt. Man kann nämlich verschiedene Lockscreen-Designs abspeichern und zwischen denen einfach hin und her swipen. Dann gibt es etwas Neues bei Nachrichten und zwar kann man Nachrichten bearbeiten, auch wenn man diese schon abgesendet hat und wenn man sagt, okay, nee, ich möchte die Nachricht doch nicht abgesendet haben, kann man die einfach wieder zurückrufen. Das ist auf jeden Fall nice. In Nachrichten gibt es dann auch SharePlay, das heißt, wenn ihr zusammen einen Film schauen möchtet, könnt ihr dann nebenbei chatten. Live-Text funktioniert jetzt auch bei Videos und wir können darüber hinaus auch direkt über Live-Text etwas übersetzen oder umrechnen. Wenn man jetzt Objekte auf Bildern gedrückt hält, kann man diese herausstellen und zum Beispiel bei iMessage verschicken. Darüber hinaus gibt es die iCloud Shared Photo Library. Hier können wir jetzt bestimmte Fotos mit Familienmitgliedern beispielsweise teilen und man kann zusätzlich auch das Ganze auswählen, wenn man direkt ein Foto macht, ob das in dieser Mediathek gespeichert werden soll oder halt lokal auf dem iPhone. Bei Maps kann man jetzt auch mehrere Stops auf einer Route festlegen. Gab es bei Google Maps schon ewig, jetzt also auch bei Apple. Die Home-App hat ein neues Design bekommen, dieses ist einfach nochmal deutlich übersichtlicher gestaltet. Dann hat das für viel Furore gesorgt und zwar CarPlay. Auch hier haben wir ein neues Design, das sieht einfach richtig schön aus. Das ist nicht einfach nur so, dass man ein paar Apps hat, sondern wir haben auch die ganzen Bedienelemente und wir bekommen die Infos wie Geschwindigkeit und so weiter direkt angezeigt. Natürlich, das dauert noch etwas, bis das Final in die Autos kommt, aber es sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Weiter ging es dann mit WatchOS 9. Hier haben wir zum einen natürlich wieder verschiedene neue Watch-Faces. Darüber hinaus wurde auch hier und da so ein bisschen was am Design geändert. Die Podcast-App ist zum Beispiel bearbeitet worden. Und bei der Workout-App haben wir jetzt neue Metric-Infos, zum Beispiel beim Joggen und so weiter. Kann man das dann auch direkt sehen und ihr könnt das entsprechend dann optimieren, ob ihr jetzt richtig joggt oder nicht. Die Fitness-App, die gibt es jetzt für alle iPhone-User. Ihr braucht also nicht zwingend eine Apple Watch dazu. Und die Schlaf-App oder das Schlaftracking hat jetzt endlich ein sinnvolles Update erhalten, denn man sieht, wann man eine Tiefschlafphase hatte, wann man wach war und so weiter. Darüber hinaus gibt es dann auch eine Erinnerung für die Einnahme von Medikamenten. Weiter ging es dann mit dem Mac und hier gab es erstmal den neuen M2-Chip. Ja, das Ganze ist eine 8-Core-CPU, ist 18% schneller von der Performance und hat eine 10-Core-GPU und ist 35% schneller bei der Grafik-Performance. Nur bei der CPU allein ist es natürlich nicht geblieben, es kamen auch neue Macs. Unter anderem das MacBook Air in einem neuen Design, erinnert hier auch an das MacBook Pro Design. Wir haben auch die Notch auf der Vorderseite, aber einen schwarzen Rahmen auf der Front. Nicht weiß, wie es vermutet wurde. Darüber hinaus natürlich MagSafe, zwei Thunderbolt-Ports und einen Klinkenanschluss. Das Ganze gibt es in vier verschiedenen Farbvarianten, ist 11,3 mm dick und es gibt eine neue 1080p Kamera, vier Speaker und unterstützt Fast Charge. 50% sind in 30 Minuten aufgeladen. Darüber hinaus gibt es auch ein neues 13-Zoll MacBook Pro mit M2-Chip. Hier allerdings kein Redesign. Das neue macOS-Betriebssystem, dieses heißt Ventower und hier gibt es jetzt einen Stage-Manager. Wenn ihr jetzt viele Fenster geöffnet habt, dann ist es hiermit einfach nochmal deutlich übersichtlicher. Auch wenn man jetzt zwischen den Fenstern wechseln möchte, sieht einfach richtig schön aus. Und man hat jetzt mehr Fokus auf die App, die man jetzt nutzt, kann mehrere Apps auch gruppieren, was ich auf jeden Fall sehr nice finde. Die Spotlight-Suche wurde verbessert, nicht nur auf dem Mac, sondern auch auf iPhone und iPad. Und bei E-Mail gibt es auch so ein paar Sachen. Zum Beispiel kann man jetzt eine E-Mail zurückholen, wenn man die fälschlicherweise versendet hat. Man kann E-Mails planen zu versenden und auch die E-Mail-Suche wurde verbessert. Dann wurde über Passkeys gesprochen. Das ist einfach die neue Form von Passwörtern. Und die sind einfach nochmal deutlich sicherer und können nicht gehackt werden. Dann gibt es auch etwas cooles bei FaceTime. Und zwar, wenn man jetzt einen FaceTime-Anruf auf dem iPhone hat, an den Mac kommt, dann kann man den FaceTime-Anruf übertragen. Geht natürlich auch andersrum vom Mac aufs iPhone. Darüber hinaus kann man auch das iPhone als Webcam nutzen. Das wird dann hier auch automatisch erkannt. Hier gibt es dann auch eine coole Task-View, damit man auch das entsprechend gut zeigen kann. Zu guter Letzt wurde iPadOS 16 vorgestellt. Und hier gibt es jetzt die Wetter-App für das iPad. Es ist endlich soweit. Lange hat es gedauert. Jetzt ist sie also da. Die Wetter-App. Darüber hinaus kann man jetzt deutlich besser mit mehreren Personen zusammen. Zum Beispiel an Dokumenten arbeiten. Das nennt sich Collaboration. Und geht natürlich auch auf iOS und macOS. Dann wurde eine App schon mal gezeigt, die aber erst später im Jahr kommt. Und das ist Freeform. Damit haben wir jetzt die Möglichkeit, besser im Meeting zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel Brainstorming. Um ihn jetzt einfach zusammen Notizen zu erstellen. Sieht auf jeden Fall ganz praktisch aus. Game Center hat ein Update bekommen. Und iPadOS kommt einfach nochmal so ein bisschen näher an macOS heran. Gerade in Bezug auf Dateien. Und es gibt auch anpassbare Toolbars. Der Stage Manager kommt ebenfalls auf das iPad. Und wenn man jetzt zwischen verschiedenen Apps hin und her springen möchte, geht das hier nochmal deutlich einfacher. Und auch hier können wir Gruppen erstellen. Wir können die Fenstergröße oder kleiner schieben. Wir können auch mehrere Fenster nebeneinander haben. Das ist auf jeden Fall wirklich praktisch. Das waren jetzt so die wichtigsten Infos von der WWDC heute. Es gibt natürlich noch deutlich mehr. Aber ich wollte einfach die wichtigsten Infos hier in diesem Video zusammenfassen. Es werden noch weitere Videos zu dem Thema hier natürlich kommen. Zu iOS, macOS, iPadOS und so weiter. Und vielleicht so ein paar Sachen, die App uns nicht auf der Kino gesagt hat. Also seid auf jeden Fall gespannt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.